Fühlst du dich manchmal zerknittert, platt, nicht leistungsfähig, schlapp oder einfach nur müde? Schon mal dran gedacht, dass das vielleicht an deinem Schlaf liegen könnte? Und zwar nicht notwendigerweise, dass du zu wenig schläfst. Eine andere Frage, was meinst du, ist es möglich, 80 Tage lang komplett auf den Nachtschlaf zu verzichten? Ja, lass dich mal überraschen. In 80 Tagen um die Welt, und zwar deutlich wilder und rasanter, als es bei Jules Verne mit Zug und Schlitten zuging, so segelte Boris Herrmann einmal um den Globus. Die Vendée Globe ist keine Regatta für schwache Nerven. Boris Herrmann hat es also geschafft, als erster Deutscher nonstop rund um die Welt zu segeln, alleine. Und wie ist das jetzt mit dem Schlaf? Wie geht das mit dem wenigen Schlaf? Sie haben weniger als eine Stunde am Stück geschlafen. Wie macht man das, ohne nicht ständig von überzukippen? Ja, also genetisch sind wir Menschen als polyphasische Schläfer. Dazu durchaus in der Lage. Rein medizinisch gesehen können wir sogar genauso leistungsfähig sein, wenn wir in kleinen Happen mehrmals über den Tag schlafen, anstatt einmal diesen großen Nachtschlaf zu haben. Das hat mir mein Hamburger Schlafberater, Schlafmediziner erzählt. Und seitdem befolge ich seine Tipps über die letzten Jahre und habe das auch sehr viel geübt mit diesem Kurzschlaf. Und das klappt tatsächlich ganz gut. Man gewöhnt sich daran. Und es ist eine interessante Sache, wenn man sich vorstellt, sowas auch mal an Land zu exerzieren. Das könnte vielleicht auch mal bei bestimmten Situationen Vorteile haben. Ja, die Frage, die du dir wahrscheinlich gestellt hast, die ist, was hat man dann davon? Die Antwort, die hängt davon ab, letzten Endes von deinen Zielen. Ob du große Ziele hast, ob du kleine Ziele hast. Boris Herrmann jedenfalls hat über PowerNaps sein großes Ziel erreicht, dass er sich schon als Kind gesteckt hat. Und es sah dann so aus. Aber es ist ein Kindeskirchen, der sich um sich zu erinnern. Und ich denke, es ist toll für alle, dass du deinen Traum folgst. Und ein Tag kann es passieren. Es kann. Hey, ich bin Matthias Schwemm, Selbstbewusstseinstrainer seit über 24 Jahren. Und seit ich 15 Jahre alt bin, praktiziere ich PowerNaps. Irgendwann kam ich dann auf die Idee, PowerNaps auch meinen Teilnehmern in den Selbstbewusstseinstrainings anzubieten. Und was hat sich gezeigt? PowerNaps können die Wachstumsgeschwindigkeit in Bezug auf Selbstbewusstsein ganz immens stärken, wenn entsprechende Botschaften in die PowerNaps eingebettet sind. Doch ob Selbstbewusstsein oder ein anderes Thema oder in Anführungszeichen nur die eigene Leistungsfähigkeit stärken, PowerNaps können auch dich immens nach vorne bringen. Und einer der faszinierendsten Vorteile, die man am Anfang kaum glauben mag, ist, dass die allermeisten Anwender berichten, dass sie unterm Strich weniger Schlaf brauchen. Um dich zu beruhigen, du musst jetzt nicht auf deinen Nachtschlaf verzichten. Das mit dem weniger Schlaf ist so zu verstehen, wenn du zum Beispiel bisher 7 Stunden geschlafen hast über Nacht und beispielsweise den Tag über 30 Minuten PowerNaps, ja, rein rechnerisch würden die meisten sagen, okay, 7 Stunden Nachtschlaf plus eine halbe Stunde PowerNaps sind 7,5 Stunden. Bei den allermeisten ist es so, dass sie unterm Strich erleben, der Schlafbedarf reduziert sich, die Leistungsfähigkeit wächst, die Müdigkeit nimmt ab und man ist den ganzen Tag über heller wach, weil die PowerNap sozusagen die inneren Akkus wieder auflädt, eine Art energetischen Reset macht, so dass man nach der PowerNap wieder voller Power den restlichen Tag für sich gewonnen hat. Und wenn auch du Lust hast, mal das PowerNapping auszuprobieren, dann geh mal auf schlafquickie.de. Da bitte ich dir im Moment nämlich eine kostenlose Möglichkeit zu über 100 meiner erfolgreichsten PowerNaps an, die du dir in der App aufs Handy runterziehen kannst, auf Tablet und Co. auf schlafquickie.de. Und wenn du einmal gratis da drin bist, dann bleibst du kostenlos mit dabei. Auch dann, wenn ich zu einem späteren Zeitpunkt für die, die dann kommen, einen entsprechenden Preis verlangen werde. Im Moment auf schlafquickie.de kommst du noch kostenlos rein, hast sofort Zugang zu über 100 meiner erfolgreichsten PowerNaps. Und ob du kleine Ziele hast oder große oder ob du deine kleinen Ziele vielleicht noch wachsen lassen möchtest, über schlafquickie.de mit PowerNaps kannst auch du leistungsfähiger werden, selbstbewusster, mehr Energie bekommen und so weiter und so fort. PowerNaps machen dir auch dein Leben in deinem Sinn leichter. Sie können dich selbstbewusster machen, sie machen dich erfolgreicher, sie machen dich leistungsfähiger. Deshalb geh jetzt auf schlafquickie.de, solange die kostenlose Möglichkeit noch besteht. und so weiter und so weiter und so weiter.